Der DAX bleibt auf Allzeithochkurst und schließt den September außerordentlich gut, aber eine kurzfristige Ausdehnung der Korrektur von gestern ist durchaus möglich. Und damit herzlich willkommen zu meiner Daily DAX Morgen Analyse. Bevor ich mit der Analyse starte, wie immer, erst einmal der Hinweis auf meinen YouTube-Kanal. Und dort bin ich, wie ihr ja wisst, mehrmals die Woche live und traden den DAX und den Dow Jones gemeinsam mit euch. Und heute geht es weiter mit Live-Trading ab 9.30 Uhr, wo wir dann gemeinsam die DAX-FormelDAX-Session traden werden. Und heute Abend gibt es wieder einen Sonder-Livestream, gemeinsam mit der Firma YouFunded, die die Möglichkeit bietet, mit Fremdkapital zu traden. Die Rachel von YouFunded habe ich mir auch wieder eingeladen. Dort könnt ihr sie mit Fragen löchern. Sind ja jüngst auch einige Fragen wieder aufgekommen zum Fremdkapital-Trading bei YouFunded. Und es ist dann die Gelegenheit, heute Abend ab 18.30 Uhr live dabei zu sein und dann eure Fragen zu stellen. Selbstverständlich könnt ihr auch im Vorfeld eure Fragen stellen. Einfach hier unter dieses Video beispielsweise in den Kommentaren reinschreiben, wenn ihr dazu Fragen habt. Und dann beantworte ich sie gerne, beziehungsweise YouFunded beantwortet sie dann gerne heute Abend im Live-Team. Und ihr könnt euch das dann im Nachgang anschauen. Sowieso, falls du es noch nicht getan hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein neues Video und auch keinen neuen Live-Team mehr zu verpassen. Dann gehen wir weiter auf den Wirtschaftskalender. Und heute stehen wieder einige News an. Am Freitag haben wir ja die NFP-Zahlen. Und im Vorfeld gibt es natürlich dann auch die entsprechenden News. Erst einmal starten wir heute Vormittag mit dem Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe aus Deutschland. Dann geht es weiter um 11 Uhr mit den Verbraucherpreisen aus dem Euro-Raum in der Vorabschätzung. Am Nachmittag dann die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA für das verarbeitende Gewerbe. Und dann um 16 Uhr die JOLZ-Stellenangebote, die ja auch immer im Vorfeld der NFP-Zahlen veröffentlicht werden. Dann gehen wir auf den Chart und rein in die Analyse. Erst einmal starten wir mit der Analyse von gestern. Gut, von gestern die Analyse habe ich nicht reingeladen. Aber das macht ja an dieser Stelle auch nichts. Und zwar hat der DAX jetzt erst einmal den Korrekturtag hingelegt. So wie ich es gestern auch angekündigt habe. Wenn der DAX es nicht schafft, sich oberhalb der 19.400 zu halten, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir einen Korrekturtag sehen. In der Spitze hat er allerdings die 19.300 nicht ganz erreicht. Was so ein leichtes Anzeichen von Stärke ist. Allerdings noch, denn er liefert bereits gute Anzeichen dafür, dass er eventuell seine Korrektur heute nochmal weiter ausdehnt, wenn er bestimmte Marken nicht schafft, auf der Oberseite rauszunehmen. Gestern habe ich ebenfalls wie angekündigt eine Long-Position reingenommen. Diese habe ich dann bereits dahingehend verwaltet, dass ich den TP auf einen Stand zurückversetzt habe. Da steht die Geschichte jetzt noch drin. Und den TP, den werde ich jetzt noch auf Basis der Swap-Gebühren weiter rausziehen um 4 Punkte, damit das dann entsprechend auch stimmt. Denn die Swap-Gebühren, also die Haltekosten über Nacht im CFD, beziehungsweise dann auch in der Strategie, werden entsprechend mitverdient. Und von daher erfolgt dann auch täglich eine Swap-Anpassung. Übrigens habt ihr die Möglichkeit, die systematische Swing-Trading-Strategie für den DAX und DAO im Live-Trading für 10 Börsenhandelstage kostenlos mitzuverfolgen. Und zwar über Discord, über den Live-Trading-Ticker, trade ich täglich die Strategie live mit, sowohl für den DAX als auch für den DAO. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, für 10 Börsenhandelstage euch das kostenlos anzuschauen. Und eventuell ist die Strategie ja was für euch. Und da habt ihr die Möglichkeit, das dann entsprechend zu testen. Der Link zu Discord befindet sich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr dort gelandet seid, werdet ihr von uns angeschrieben per privater Nachricht. Dann brauchen wir einmal euren vollständigen Namen, damit wir überhaupt wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und dann schalten wir dich auch für 10 Börsenhandelstage für den Gastzugang frei. Und dann kannst du dir das Ganze entspannt anschauen. Ja, dann gehen wir auf die Analyse von heute. Und der DAX kann seine Korrektur heute weiter ausdehnen, wenn er die 19,400 respektive die Opening Range von gestern nicht schafft herauszunehmen. Grundsätzlich ist es aber, was der DAX jetzt aktuell schadtechnisch hinstellt, ein bullisches Signal. Also der DAX hält sich weiterhin in seiner aufwärtsgerichteten Struktur. Und zwar relativ sauber in Folge einer Abfolge von steigenden Tagestiefs. Und gestern legte der DAX lediglich einen Inside-Day hin gegenüber der Freitagshandelsspanne, was dann auch eher dafür spricht, dass die Nummer auf der Oberseite kurzfristig jetzt noch nicht beendet ist. Allerdings muss er jetzt den nächsten Widerstand nach oben rausnehmen, damit er überhaupt das Potenzial hat, das Allzeithoch zu erreichen. Und dann auch das Potenzial hat, im Anschluss auf ein neues Allzeithoch zu steigen. Also die Nummer ist noch positiv, aber er befindet sich jetzt hier schon an einem wichtigen Widerstand. Und wenn er es nicht schafft, diesen Widerstand rauszunehmen, also hier ist er jetzt direkt dran, wenn er es nicht schafft, die Nummer rauszunehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er nochmal die Attacke auf die 19,300 probiert. Also nochmal versucht hier nach unten rauszugehen und das eventuell sogar schafft. Und dann, wie gestern bereits erwähnt, müssen wir dann genauer hinschauen, was er macht, wenn er ein Vortagestief rausnimmt, was er dann im Anschluss macht. Entweder er behält eine abwärtsgerichtete Tendenz, dann wäre das eigentlich ganz gut für weiterfallende Kurse. Oder er baut eine Aufwärtstendenz, dann wäre es eigentlich schon ziemlich ausgemacht, dass er dann eventuell nochmal die Attacke auf das Allzeithoch macht. Also das wird definitiv interessant, auch für den Start nachher mit dem Kassahandel, wo der DAX dann erstens, wo er dann handelt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum DAX-Handelsstart, und was er dann ab Handelsstart macht, dreht er direkt in die Short-Richtung ein, dann wäre es durchaus die Möglichkeit, wenn der DAX einen Einstieg ermöglicht, hier nochmal kurzfristig in die Short-Seite mit reinzugehen. Ich, für meinen Teil, bleibe allerdings weiterhin im Long-Fokus. Gestern habe ich ja auch im Day-Trading-Bereich eine Long-Position reingenommen, die läuft auch noch, die wurde bisher nicht rausgenommen, und im systematischen Bereich werde ich auch heute eine neue Long-Position eröffnen, unabhängig davon, wo der DAX dann letzten Endes steht. Gut, wenn der DAX jetzt hier unterhalb des Tagestiefs vom Freitag eröffnet, werde ich auch noch zusätzlich eine Short-Position reinnehmen, aber Long wird es so oder so heute geben, und im Idealfall fliegt dann die Long-Position von gestern bis dahin noch raus, sodass ich dann nicht dooferweise zwei Long-Positionen auf demselben Niveau offen habe. Wenn es so ist, dann ist es halt so, das macht jetzt auch keinen großen Unterschied, ist zwar nicht so schön, aber das macht jetzt für die Strategie, beziehungsweise für den Erfolg der Strategie, macht das jetzt keinen großen Unterschied, wenn jetzt hier zwei Positionen auf einem Level eröffnet sind und der DAX dann wieder DB gemacht. Ja, ansonsten gibt es jetzt aktuell nicht viel Neues zu sagen, wenn der DAX die Opening-Range von gestern schafft, rauszunehmen, dann werden wir wieder voll im Rally-Modus und das Potenzial besteht, dass er dann auch auf ein neues Allzeithoch geht und auf neuem Allzeithoch wird es dann auch für mich wieder interessant, aktiver auf die Short-Seite zu schauen im diskretionären Handel und so wie ich es gestern auch gesagt habe, Short für mich eher favorisiert, erst wenn der DAX ein neues Allzeithoch markiert. Also nach einer Trendfortsetzung ist die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Korrektur am wahrscheinlichsten und wenn man dann hier 30, 40 Punkte rausschneiden kann über so einen Korrektur-Move, dann reicht das vollkommen aus im Day-Trading-Bereich, um da sein Schnippchen zu schlagen. Ansonsten bleibe ich auch für heute weiterhin mit dem Long-Fokus, idealerweise dann ausgehend von der 19.300 bei aufkommenden Long-Signalen, da den einen oder den anderen Long-Trade entsprechend reinzunehmen. Das werden wir dann aber nachher in der Live-Trading-Session sehen. Ja, ansonsten gibt es auch nichts viel Neues zu sagen gegenüber gestern. Weiterhin abwarten, der DAX ist long und somit sich über vermutlich weiter steigende Kurse freuen. Nochmal ganz kurz der Blick auf den September, also der September hat wirklich sehr gut geschlossen und diesmal konnte er der Saisonalität nicht alle Ehre machen als schwächster Börsenmonat, also als statistisch schwächster Börsenmonat im Jahr. Das war es an dieser Stelle mit dieser kurzen Analyse. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen erfolgreichen Handelstag. Würde mich freuen, wenn ihr nachher im Livestream einschaltet und euch dann auch meine systematische Swing-Trading-Strategie kostenlos auf Discord anschaut. Wir sehen uns dann sowieso beim nächsten Mal. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.